Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO bzw. wieder eine kleine Infofolge. Gerade ist nämlich die Raid am Mittwoch Folge am Rendern und bevor es nachher mit dem Livestream weitergeht, ein kleiner Überraschungs-Livestream, wird nichts aufwendiges, einfach nur so, habe ich ja gestern schon mal so eine Folge gemacht über dieses Go Beyond. Jetzt ist gestern in der Folge Go Beyond ein Artikel von Go Games reingeschneit und ich habe gedacht, braucht man nicht, haben wir jetzt den von, ähm, nicht Go Games, sondern Pokefans.net, genau. Ich habe mir den Artikel von Go Games jetzt aber trotzdem auch mal angeschaut und muss sagen, es lohnt sich wirklich, wenn man sich auch den zu Gemüte führt, denn die gehen einfach noch weiter in die Materie. Und das möchte ich euch heute mal zeigen, wer das noch nicht gesehen hat, sind natürlich diese allgemeinen Sachen hier wieder zum Maximallevel, Lücken schließen, neues EP-System, zusätzlicher Anreiz, Medaille, Mütze, sonst was, Doppel-EP-Event ist am Laufen. Aber was jetzt richtig interessant ist, Level 50 und neue Herausforderungen, wie schon im Vorfeld durch einige Interviews bekannt, wird man für Level 50 im Pokémon Go nicht nur Erfahrungspunkte benötigen, sondern muss diverse Herausforderungen meistern. Einen Ausblick über mögliche Aufgaben hat Niantic bereits veröffentlicht und das habe ich noch nicht gesehen, das habt ihr vielleicht noch nicht gesehen, ich weiß nicht, ob das andere behandelt haben in ihren Sachen. Hier ist ein Screenshot dabei, hier sieht man ja 0 von 4 Aufgaben sind erledigt, ihr habt eine Anzeige auch da, wie viele Punkte man hat, der ist jetzt gerade 45 und um auf Level 46 zu kommen, muss der bestimmte Sachen machen. Hier ist eine Tabelle veröffentlicht, die finde ich sehr interessant. Level-Herausforderungen, Level 41, eine große Anzahl von Pokémon an einem Tag fangen plus weitere Herausforderungen. Also, ich dachte eigentlich, dass das dann rückwürgend erfolgt und auf die Medaillen zurückgreift und dass man halt nur dann aufsteigt, wenn man so und so viele Punkte erreicht hat und so und so viele Fänge auf der und der Medaille hat oder so und so viele Eier auf der und der Medaille, aber wenn jetzt da steht, eine große Anzahl von Pokémon an einem Tag fangen, dann ist das ja, was euch dann in diesem Moment gegeben wird und ihr dann das unabhängig von euren bisherigen Fängen abschließen müsst, ja. Das ist natürlich nicht alles, das sind wie gesagt Auszüge, aber klingt auf jeden Fall interessant. Was soll diese Menge sein? Fange 500 Pokémon an einem Tag. Und wenn du das nicht schaffst, 500 Pokémon an einem Tag zu fangen, dann bleibst du ewig auf Level 40 und kommst nicht auf Level 41. Also, wie groß soll diese Anzahl sein? Was haltet ihr für realistisch? Ich meine, es soll schwierig sein und herausfordernd, aber es gibt halt welche wirklich in den Großstädten, Großstädten, die fangen am Tag sowieso 500 Pokémon und dann gibt es sie in den Käffern. Die fangen am Tag vielleicht 5 Pokémon, weil die keinen Stop haben und nichts. Die laufen einmal durch ihr Kaff und dann, hey, coolen Pokémon, geil. Die müssten dann, die können ja noch nicht mal Lockmodule kaufen und zünden, weil wenn sie keine Stops haben. Also, das sorgt schon wieder für Ungleichheit irgendwie. Deswegen hoffe ich, dass die Anzahl nicht zu hoch ist und nicht die Leute wieder gezwungen sind zu spoofern oder in die Großstadt auszuwandern, wenn du ja eh eigentlich momentan zu Hause bleiben sollst und das sich wohl auch noch ewig zieht. Wir sind gespannt, was das wird. Für Level 42 steht zum Beispiel auch noch da Wissenstest. Evoli muss in allen möglichen Formen entwickelt werden und bestimmte Entwicklungsitems müssen bei speziellen Pokémon eingesetzt werden. Ja, zählt das wenigstens rückwirkend? Ich meine, ich habe bisher Evoli, ich habe jede Evoli-Stufe als Hunderter entwickelt, ich habe jede Stufe als Shiny entwickelt und ich habe jede Stufe als Shiny mit Blumenkranz entwickelt. Das ist doch richtig heftig, ja. Nicht, dass man jetzt wieder jedes entwickeln muss. Da kommt dann wieder die Frage, ja, wie entwickle ich denn Psyana und nach Tara? Wann ist denn Tag? Wann ist denn Nacht in Pokémon? Hä, jetzt habe ich es entwickelt, es ist ein Aquaner geworden. Dann wieder, hast du es denn als Buddy gehabt? Bist du 10 Kilometer gelaufen? Hast du zwei Bonbons bekommen? Hast du es dann zur richtigen Zeit entwickelt? Also das wird schon wieder kompliziert. Aber eigentlich ist das ja auch einfach. Das ist jetzt... Da finde ich, dass oben mit so und so viel Pokémon an einem Tag fangen, klingt schwieriger, als einfach halt die Evolis alle entwickeln. Solange ich da stehe, du musst alle Evoli-Entwicklungen an einem Tag machen. Was richtig brutal wäre. Aber dafür ist es ja auch Level 42, ja. Nein, keine Ahnung, also. Das lässt noch ein bisschen Spielraum. Und bestimmte Entwicklungs-Items bei speziellen Pokémon, so viele gibt es ja nicht, ist ja überschaubar. Die meisten schmeißt man mittlerweile weg. Wird sicherlich... Joa, lassen wir es auf uns zukommen. Level 43. Kämpfe in Arenen und Raids. Eine bestimmte Anzahl Platin-Medaillen wird vorausgesetzt. Eine Überraschung für den Avatar wartet hier. Jetzt war die Spekulation im Raum, was man von Platin-Medaillen halten würde und wie hoch die sein könnten. Und jetzt taucht dieses Wort Platin-Medaillen hier direkt schon mal auf und mit dem Zusammenhang eine bestimmte Anzahl von Platin-Medaillen wird vorausgesetzt. Das ist wenigstens dann rückwirkend. Wenn ihr also so und so viele Kämpfe in Arenen gemacht habt, wenn ihr so und so viele Raids abgeschlossen habt, auf eurem Counter habt, dann müsste das automatisch gehen. Wer nicht, muss rein-cashen. Oder einfach 200 Jahre warten. Level 44. Trainerkämpfe müssen absolviert werden. Eventuell Go Battle League. Ich weiß, es gibt Leute, die haben noch nie die Go Battle League gespielt. Nicht mal jetzt, wo Rang 10 so einfach war. Das wird auf jeden Fall... Ja, keine Ahnung. Also es wäre ja eigentlich interessant gewesen, wenn auf jeder Stufe bestimmte einzelne Bereiche sind, so umfassend, und man dann immer ein bisschen mehr machen muss in der nächsten Stufe. Ich finde es aber sehr interessant, dass sie das so komplett abgrenzen. In einer Stufe, für das eine Level brauchst du halt wirklich nur Fänge. Für das nächste Level brauchst du Raids. Für das nächste Level brauchst du GBL. Dass diese einzelnen Kategorien abgegrenzt sind. Und es kann sein, jemand kommt dahin und scheitert dann an Level 44, weil der nie GBL zockt. Wenn GBL Voraussetzung wäre für 50, dann würde er wenigstens bis 49 kommen. Und dann erst... ...stehen bleiben, sozusagen. Also... Aber das ist ja... Muss ja nicht heißen, dass das alles unbedingt so ist. Und wie schwer das ist, das sieht man ja dann erst. Level 45, Kämpfe gegen Team Go Rocket. Ein Avatar-Item. Wartet auf euch. Weiß ich jetzt schon. Pupsi dreht auch wieder durch. Mag sie gar nicht. Es gibt Leute, die sind so mega aktiv. Über 4000 Rocket Stops. Ich dümpel bei den 1000 grad rum. War froh, dass ich die erreicht habe. Ansonsten kämpfe ich da auch nicht viel. Also, selbst wenn du ein richtig krass aktiver Spieler bist, der seit dem Release jeden Tag gezockt hat, jeden Tag seinen Raid gemacht hat, seinen Pokémon fängt, seinen Stopp dreht, seinen Stempel abholt, hin und her, kann es trotzdem scheitern, wenn du nicht jeden Tag auch noch Rocketrübel machst, wenn du nicht jeden Tag auch noch in der GBL spielst, wenn du nicht jeden Tag deinen Schnappschuss machst, wenn du nicht jeden Tag noch ein Ei brüdest. Das klingt schon wirklich sehr umfangreich und sehr brutal. Level 46, Feldforschungen abschließen, Eier ausbrüten, go Schnappshots machen, Platin-Medaille, 1000 Schnappschüsse. Oh mein Gott, da wird auf jeden Fall mächtig, was auf einen zukommt. Level 47, Raids mit bestimmten Teams gewinnen, das ist nur der Anfang. Das stelle ich mir eigentlich interessant vor, gerade auch für Videos oder so. Ähm, naja gut, es kommt ja drauf an, was sind gerade für Raids da und was wird vorgegeben, was du da machen musst. Wenn der eine jetzt im Januar bei der Stufe hängt, hat er ja einen anderen Raidboss, als jemand, der im Dezember bei dieser Stufe hängt. Vielleicht bezieht sich das auch auf kleine Raids, aber die können ja nicht vor, na gut, vielleicht sagen sie, gewinne einen Level 3 Raid mit, nur Boden-Pokémon oder so. Und dann musst du dir das raussuchen. Sie können ja nicht spezifisch ein Pokémon nennen, denn wer weiß, ob das Pokémon dann überhaupt in den Raids ist, wenn du diese Aufgabe hättest. Level 48, ihr müsst eine bestimmte Strecke mit eurem Kumpel laufen und Souvenirs sammeln. Am Ende wartet erneut ein Avatar-Item. Okay. David regelt bei den meisten, Handyschaukel regelt beim Rest, heimlich regeln auch die Spoofer. Level 49, verschickt Geschenke, tauscht Pokémon, auch Glückstausch und interagiert mit Freunden. Dass das so ziemlich zum Schluss kommt, wundert mich eigentlich. Geschenke verschicken, ja, machen eigentlich eh die meisten. Ich glaube, es werden mehr Geschenke verschickt, als Rocket Rübel gemacht. Und Level 50, fabelhafte Würfe hintereinander landen, legendäre Pokémon fangen, Team-Go-Rocket-Vorstände mit Pokémon unter 1500 besiegen. Erneut wartet ein Avatar-Item auf euch. Ich habe in letzter Zeit auch viele Videos gesehen von Leuten, die haben die Rocket-Vorstände mit Pokémon unter 500 WP besiegt. Das ist also möglich, da kann man sich ja vielleicht daran auch orientieren, kommt auch wieder drauf an, was die Rocket-Vorstände gerade für Pokémon nutzen, was die da für Kondor auffahren, legendäre Pokémon fangen. Ja gut, in der Raid Mania mache ich da keine gute Figur. Ich raide zwar ganz viel in der Raid Mania, aber ich fliehe ja dann immer und fange die nicht. Das fällt mir vielleicht dann auch auf die Füße. Aber wenn du schon deine tausend legendären gemacht hast und die meisten davon gefangen hast, weil die schon fertig waren, bevor es Raid Manias gab und Raid Stunden, dann wirst du da sicherlich auch gut aufgestellt sein, ja? Obwohl, das ist ja trotzdem nur tausend, ist ja die Goldmedaille, Platin-Medaille, hast du dann zehntausend legendäre Raids und du tümpelst dabei 1500 rum. Fabelhafte Würfe hintereinander. Das ist krass, oder? Stell dir mal vor, dass... Ich hab doch gesagt, die Raider-Mittwoch-Folge exportiert im Hintergrund und jetzt ist sie auch fertig, wie man hier sieht. Jetzt kann ich sie wieder hier wegschieben, egal. Die muss ich gleich noch hochladen. Boah, Junge, erschreckt mich. Ramses, erschreckt mich doch nicht so, ja? Aber fabelhafte Würfe hintereinander. Wenn er so sagt, yo, lande 50 fabelhafte Würfe hintereinander. Willst du da denn mal warten? Du machst einen Raid, wirfst halt so 5 Bälle, dann bleibt er drin, du wartest am nächsten Tag auf den nächsten Raid, fängst zu lange nichts, machst wieder 5 und zieht, das zieht sich so 10 Tage immer nur beim Raid-Boss, dass du deine fabelhaften Würfe machst. Wie hoch wird das sein? Oder 10? Du läufst rum im Stream, du läufst rum, fängst einen Pogo, drehst durch, weil immer bei 9 Stück dann der nächste einfach verkackt. Also, das klingt auch schon wieder richtig brutal. Aber Level 50 deswegen. Hier haben sie nochmal eine Übersicht von Level 46, ja? Wie man diesen Screamshot entnehmen kann, sind die oben genannten Aufgaben nur ein Auszug der tatsächlichen Aufgaben, die man lösen muss. Wie hier zu sehen, muss man im Beispiel für Level 46 folgendes tun. Das, gucken wir uns jetzt an, 15,5 Millionen EP sammeln. Möglicherweise werden bereits gesammelte EP angerechnet. Ja, das wäre eigentlich sinnvoll, weil, was heißt möglicherweise? Hier in dem Bild sieht man ja, der soll 15,5 Millionen sammeln, aber hat schon 58,4 Millionen. Das ist sicherlich rückwirkend angelegt. Es wäre ja Quatsch. Wollen wir so 15? Ich meine, warum machen die das nicht? Wenn du für Level 40 20 Millionen brauchst, dass du für Level 41 halt dann, sagen wir mal, 30 Millionen brauchst und dieser Fortschritt angezeigt wird, warum ist dieses, warum ist das additional gerechnet? Dass du von Stufe 45 zur 46 nochmal 15 Millionen sammeln musst, anstatt dir das auf das Ganze rechnen, wie viel man dann hätte und du das erreichen kannst. Diese Anzeige hier, weiß ich nicht. Also wenn da stehen würde, du hast jetzt 40 Millionen von 80 Millionen, dann weißt du ja bei Level 40 warst du bei 20 Millionen und da brauchst du dann aber 80 Millionen insgesamt auf deinem Konto, um das zu erreichen. Dann siehst du deinen Stand und den anderen aber dieses additional gerechnete, dass du 15 Millionen zusätzlich dann nochmal sammeln sollst, klingt wie auf dieser Stufe dann. Das widerspricht sich aber, wenn hier schon fast 60 Millionen drauf sind auf dieser Stufe. Ich glaube nicht, dass der 60 Millionen gesammelt hat, ohne ein Ei zu brüten, ohne exzellente Würfe zu machen und sonst was, weil hier ja überall noch Null steht. Also 15,5 Millionen EPs sammeln, okay, 100 Feldforschungen abschließen, okay, 7 Tage am Stück einen Schnappschuss machen, das klingt ja richtig easy, 30 Eier ausbrüten, kann sich ein bisschen ziehen, 100 Feldforschungen, kommt halt drauf an, welche man macht, manche gehen schnell, manchmal, manche dauern länger, 50 fabelhafte Würfe landen, das ist auf jeden Fall cool, das steht nämlich nicht hintereinander, da kann man einfach mal bei den Raidbossen und nebenbei ein bisschen rumspacken, wir haben das ja schon mal in Aufgaben gehabt, 50 fabelhafte, das jetzt auch als Levelvoraussetzung zusammen mit den anderen, aber, weiß ich nicht, klingt auch alles human, also hier oben lässt man sich von der Tabelle übelst abschrecken und bei einem konkreten Beispiel aus diesem Screen sieht das dann trotzdem eigentlich original aus, oder was findet ihr jetzt schlimm, wenn ihr weiter gelevelt habt, wo die Leute immer sagen, bist du dumm, warum nimmst du Glücksei bei Level 40, genau deswegen, 100 Feldforschungen, egal ob die rückwirkend sind oder neu dazu, macht man halt, dann dreht man halt ein paar Stops und dann achtet man da drauf, dann kommt das mit der Zeit, es ist jetzt nichts Unmögliches, es ist nur ein Zeitfresser, Schnappschüsse machen sieben Tage, easy, 30 Eier ausbrühen, machst du mit der Zeit, es gibt so viele Events immerzu zwischendurch, wo die Distanzen verringert sind, halbiert, geviert, passt auf jeden Fall, 50 fabelhafte Würfe, braucht man ein bisschen Übung dazu, aber macht das eben bei Raid Bossen oder werdet ihr hinkriegen nach einer Zeit, da ist jetzt nichts Unmögliches dabei, sag ich mal, Herausforderungen, die einzelnen Herausforderungen, die Niantic hier an die Spieler stellt, erinnert teilweise sehr stark an diese, die sich die Community bereits selbst stellt, Raids nur mit einem bestimmten Team absolvieren, klingt ziemlich stark nach der Mighty Moff Challenge oder vergleichbaren Herausforderungen und wenn ihr euch fragt, warum ich die ganze Zeit so rumwackele, ich muss schon wieder mega dringend auf die Toilette, aber gucken wir mal kurz, auch das Besiegen von Arlokliff und Sierra mit Pokémon unter 1500 WP wurde bereits vielfach auf The Silph Road gepostet, die Herausforderungen sind also mit großer Sicherheit daraus entstanden, was die Spieler selbst für sich entdeckt haben, um das Level etwas schwieriger zu gestalten, sehr schön, so, ansonsten, wollen wir den Rest noch lesen, was steht noch da, XL Bonbons, die bereits in der Datamine entdeckt wurden, werden mit der Levelerhöhung eingeführt, wie vermutet sind die XL Bonbons dafür da, um Power-Ups über Level 40 durchführen zu können, erhält man beim Fangen von Pokémon oder durch Umwandlung von regulären Bonbons, es wird noch weitere Wege geben, diese zu verdienen, zeitlich begrenzte Forschung, genau, gibt es, wenn ihr bis Ende des Jahres Level 40 erreicht habt, dann gibt es eine zusätzliche Forschung natürlich, ansonsten, will ich mich nicht länger daran aufhalten, das haben wir ja gestern schon alles besprochen, boah, der Stuhl, ich dreh durch, es ging jetzt wirklich hauptsächlich um diese Aufgaben, weil da Aufgaben genannt wurden, und jeder Auszug mit diesem Screenshot finde ich auf jeden Fall sehr interessant, das war es jetzt von meiner Seite aus, was sagt ihr zu den Aufgaben, was sagt ihr zu der Tabelle, was denkt ihr, was wird das Schwierigste sein, am schwierigsten, bleibt mir hängen, einfach fabelhafte Würfe hintereinander, eine bestimmte Anzahl, da kommt es drauf an, wie viele das sind, oder eine bestimmte Anzahl an Pokémon fangen, wenn ihr wirklich fangt 500 Pokémon an einem Tag, macht das mal, wenn ihr nichts bei euch habt, das war es jetzt aber von meiner Seite aus, mal gucken, ob ich gleich noch ein Community Raid planen kann, ich sehe nämlich hier, am Dino, geht in 8 Minuten was auf, wenn das ein Terrakium ist, werde ich den noch posten, ansonsten, na gut, vielleicht poste ich es auch, wenn es ein Viridium ist, das war es jetzt aber von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Peace out, vorhaut, euer Ramses.